Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wir nehmen jetzt zuerst den Teaser auf, okay? Gehört es schon zur Aufnahme? Nee. Du kannst nochmal richtig schön gähnen und überhaupt. Natürlich gehört es schon zur Aufnahme. Kleiner Nachtrag noch zur letzten Woche. Du hast ein Lied gesungen aus einer Fernsehserie Neues aus Uhlenbusch. Und ich habe so versucht, alle Stoppschilder aufzustellen, so nach dem Motto, das kennt kein Mensch. Ich habe jetzt gerade nochmal bei Wikipedia nachgeguckt. Weißt du, von wann diese Serie stammt? Ich habe gesagt, unsere Hörerinnen kennen das nicht. Achtung, Neues aus Uhlenbusch ist eine Kinder- und Jugendserie über das Leben in einem Bauernhof in Norddeutschland. Die 40 Episoden der Serie wurden von 1977 bis 1982 vom ZDF produziert. Genau. Und ab 82, da war ich ja noch ganz, ganz, ganz klein, wurde das ausgestrahlt. Mann, Mann, Mann. Egal. Das ist nur so als, also 19, das ist für die Mehrzahl unserer Hörerschaft ist das Historie. Historie. Aber gut, du weißt ja, wie sehr ich Veränderungen liebe, ne? Und wie sehr ich Veränderungen liebe und Nicole Weidner, die mit uns befreundete Europameisterin, die sich in einer Estressur dreimal verritten hat. Ehemalige Europameisterin, sie wurde ja abgelöst. Ja, man ist es aber für ein Leben lang, das wollen wir jetzt mal klarstellen. Okay, Entschuldigung, Nicole. Weiß ja gar nicht, was für eine Gefahrensucherin sie ist, wenn sie uns redaktionelle Vorschläge macht. Aber gut. Ja, 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 genau. Also Nicole Weidner hat uns was vorgeschlagen, ihr könntet doch in der Sendung mal dieses und jenes machen. Und ich bin ja so ein Mensch, ich will ja, dass immer alles gleich ist. Also gestern, ich muss nochmal mit so einer Spülmaschinengeschichte um die Ecke kommen, gestern hast du, was selten vorkommt, die Spülmaschine ausgeräumt. Ich habe es bestimmt irgendwie falsch gemacht. Ich habe eine Monster, also die Mutter aller Krawatten schon wieder gehabt und wollte dir eigentlich ein Handyfoto schicken und so nach dem Mod, weil du hast die Gläser ausgeräumt in den Schrank gestellt und falschrum in den Schrank gestellt. Also nicht so, wie man sie nimmt und was reinschütten kann, sondern mit dem Kopf nach unten sozusagen und dem Boden nach oben. Und da hast du in deinem Tran das Wasser auf das umgedrehte Glas geschüttet und nicht rein. Nee, ich habe Hass gehabt, weil es dich war wie immer. Es war nicht wie immer. Du hast so eine Meise. Und ich dachte, okay, wenn ich dir jetzt das Foto schicke und sage, Hass, dann sagst du, ach, ich gehe nicht nach Hause zu dem Vollidioten. Ich trinke noch ein Säckchen am Stall. So wäre es gekommen. So ist es gekommen, so oder so, auch ohne Foto. Jedenfalls hat Nicole vorgeschlagen, folgendes, ich höre gerade eure letzte Podcast-Folge, aufäutern. Der Begriff spielte da eine Rolle, ich glaube, es war sogar die vorletzte Folge. Könnt ihr nicht die Rubrik Chris meets Pferdesport mit einbauen? Die Hörer nennen einen Begriff aus dem Pferdesport, den Chris dann interpretiert, ohne googeln. Zum Beispiel, die Hosen sind deutlich sichtbar. Weißt du, was es damit auf sich hat? Wir machen jetzt gerade den Teaser, oder nicht die Sendung? Ja, wir machen nur den Teaser, aber ich wollte nur wissen, also du weißt, was sich dahinter verbirgt. Ich habe mir ausgedacht, was sich dahinter verbirgt und ich würde das dann mal, ich würde mich daran mal versuchen. Machen wir. Ja, machen wir? Okay, alles klar. Aufäutern, weiß ich zum Beispiel auch noch nicht, was das ist, klären wir auch in der Sendung. Und dann haben wir noch, Jenny, ich habe für dich mit einer Expertin gesprochen und deine Mentalprobleme sind jetzt gelöst. Sehr gut. Wir sprechen mit Antje Heimsöth. Rechtzeitig vor meiner ersten Springprüfung. So. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt er. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby, für die beste Zeit mit deinem Tier. Eine der bekanntesten Mentaltrainerinnen Deutschlands. Ohne Scheiß jetzt, Antje Heimsöth. Und ich habe deine beiden Kardinalprobleme mit ihr besprochen, nämlich wie überwinde ich Ängste? Zum Beispiel, wenn ich in einen Springparcours gehe und denke, es könnte sonst was passieren, mir fliegen die Stangen um die Ohren. Und wie vermeide ich es, abgelenkt zu werden in der Vorbereitung auf eine Dressurprüfung? Am Turnier brauchen wir Rituale. Also Top-Sportler, fast alle, nicht alle, aber fast alle haben ein Ritual. Wie bereite ich mich vor? Was ist die genaue Reihenfolge? Wie lange brauche ich dafür? Welches Pferd reite ich wie ab? Und lege das einmal schriftlich fest. Und diese Rituale geben Sicherheit. Und die mache ich immer gleich. Der Pferde-Podcast, die neue Ausgabe ab Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Tschüssi. Tschüss.